Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Project O2 Reloaded. Ich hatte es euch versprochen und ich werde es auch halten. Der Blacky versteckt sich hinter mir und ich sehe ihn trotzdem an. Versteckt sich gerade vor mir, das müsst ihr dir bewusst rein da. Oh, ich habe nur für ein Ferzen. Lol. Ich höre dich nicht, ich bin im Himmel. Viel Spaß. What? What? What, what, what? Alter, wat? Ich werde von irgendwas beschossen. Ja, von was denn? Von der Wolke. Ach du, ich gehe rüber. Nicht? Die schießen vergiftete... Ach hier. Kann ich jetzt rüber? Ich glaube, ja. Ich habe hier nur noch Skipuff. Was? Skipuff? Und Flying Cow. Hast du gerade Skipuff gesagt? Ja, das Schaf heißt Skipuff. Oh, wie geil. Flying Cow und ein Skier. Wie geil ist das? Oh, nee, halt. Halt, ich muss nochmal zurück. Ich muss Golden Lassus holen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich baue immer ein bisschen Holz ab. Mach das mal, das ist der Hammer. Oh, wie geil. Wir haben nur noch eins. Und was hängt denn im anderen drinne? Eine Fluid Cow. Was ist das für eine? Keine Ahnung. Ich habe sie nicht beholt. Ich kotze die hier mal aus mit zu den... Äh. Ja, zu den Hühnern. Da steht sie gut. Was ist das für eine? Zephyrian Erotheum. Nicht meiner. Nicht meiner. Was zum Geier ist das? Ähm, ist... Himmel, nehm mich auf. Okay. Wieso ist es eigentlich im Himmel dunkel? Was macht es? Ein blaues Skipuff. Nehmen wir es blau oder es weiße? Blau. Flying Cow. Okay, das war Skipuff. Flying Cow. Ich habe beide. So, wenn du jetzt mal hier guckst. Wenn du jetzt hier guckst. Aethergrass. Ist ja geil. Komm her. Da unten. Da siehst du keinen Boden. Da wirst du rausgekommen. Äh, über dem Eiterportal. Deswegen habe ich das scheiß Ding gebaut. Was ist das hier? Skyroot Lock? Also Skyroots haben wir ja schon. Golden Oak Lock. Gott. Mir will... Mir will Sapling. Ui. Komm mal kurz zu mir. Ich habe Golden Oak Sapling. Was? Komm mal kurz zu mir. Was bist du denn? Ja. Was? Ein Cockatrice. Der auf mich schießt. Was zur Hölle ist ein Cockatrice? Giftvogel. Komm mal mit. Wo bist du denn? Hier. Fing mal drauf. Fing drauf. Oh, Alter. Wuhu. To infinity and beyond. Da drüben ist ein großes Etwas. Sitten wir da mal hin? Ui. Äh. Ups. Wie komme ich hier runter ohne zu? Aua. Sterben? Gar nicht. Ui. Ich habe eine Eterwerbung bekommen. Ich habe Sweat gefunden. Golden Sweat Jelly habe ich. Ich habe ein Purple Ding, glaube ich. Okay, ich habe also schon Golden Oak Saplings. Ne, Darksweed. Die Skyroot Saplings brauchen wir keine. Da haben wir genug. Da hinten die Wolken. Von denen musst du dich in Acht nehmen. Wo bist du denn? Da komplett weg. Ja. Ne, du bist weg. Ah ja. Ach, die Fliegenden oder was? Ne, was denn? Ne. Geht's hin? Ich bin hinter dir. Welche? Da hätten wir irgendwo eine dunkle Wolke vor. Den musst du dich in Acht nehmen. Okay, also weg von dunklen Wolken. Aber verstanden. Hat die Helden zu mir. Ja, kannst du auch mitnehmen. Meiner. Oh, das Geld. Das ist mein Geld. Was? Wenn, dann bin ich Geldgeil. Beides. So, wo war denn das? So, was ist das hier? Normaler auch gut? Ist geil gut. Jetzt passiert mir nicht das Etergras ab, aber... Dann habe ich Eterdirt. Geil. Ich habe Fug. Fug. Ich höre dich gerade nicht. Ich bin gerade dabei, Eterdirt abzumachen. Ich habe schon wieder vergessen, Timer zu setzen. Ich habe einen Fug. Einen Wut? Einen Fug. Was ist ein Fug? Ein fliegendes Schwein. Der Flypick hat ein Fug. Was ist das denn? Ach, hier. Das sind die. Holy Stone. Spitzhacke raus. Watt mitgenommen. Ich habe auch gerade Wolken abzumachen. Sanit. Oh. Dann musst du gucken, ob du das abbauen kannst. Ja, kann ich. Äh, probiere mal eine Holzspitzhacke zu machen. Warum sollte ich? Da kriegst du es doppelt raus. Hä? Du kriegst aus einem Ohr dein zwei raus. Ich habe Lack drei. Ich kriege aus einem Ohr, ja, mehr als zwei raus. Ich habe vier abgebaut und habe neun. Warum das noch? Jetzt habe ich 22 Sanit. Mein Auer. Ja, wenn du mir gerade den Sprung, den Schlag. Ich habe Geld gekriegt. Ja, mein Geld. Mein Geld. Mein Geld. Das wird ja eingesammelt. Automatisch. Ein Fug. Totes Fug. Und was bringt ihm das Äthergeld? Nur so als Frage. Ich habe keine Ahnung. Jetzt wissen wir, was das da drüben für ein Baum ist. Wer hieß überhaupt denn das? Ui. Nimmst du schon das Geld weg? Ja. Ach, das ist nur ganz normaler. Der ganz normaler Skywood Logwall. Ja. Baum. Ach, Darkplus Skywood, das haben wir schon. Das ist nur anscheinend die Mega-Entwicklung davon. Oh, komm mal her. Alter, was? Was ist das denn? Eine Acro-Plant. Ich traue mich gerade nicht, die wegzuhalten. Wo bist du? Alter, was ist das denn? Ach, hier ist so eine schwarze Wolke. Die ist gerade gestorben. Äh, hier brennt's Gras. Ja, da bist du. Was ist los? Gehen wir jetzt nach rechts. Schießt schon wieder ein Vogel auf mich. Was ist da? Geh nach rechts. Du wirst es sehen. Hier. Hä? Hier, wo ich bin. Das ist links. Von da, wo ich gekommen bin. Ja, mei. Hinter dir ist übrigens ein seltsamer Vogel. Ich wüsste, der verfolgt mich schon die ganze Zeit, deswegen. Ja. Carrion Sprout. No? Was bringt das Ding? Ja, es ist auf im Öl, du Scheißvieh. Können wir das wegreisen? Ui. Ja, man kann es wegreisen. Aber ich habe eine Windberry gekriegt. Scheiße. Warte mal, ich wüsste mal. Berry Bush. Oh, was bist du denn? Dinosauriervogel! Ich habe einen Airbunny! Ich habe Dinosauriervogel! Alter, das sieht krass aus. Ich habe Maßen auf dem Kopf. Komm her, du Mistvieh. Was? Lass das. Ich habe Maßen auf dem Kopf. Alter, da kannst du ja schweben. Ist ja geil. Ja. Da kriegst du auch keinen Fallschaden. Oh, ich habe was gefunden. Was? Ein rosa Schiebhoff. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Halt. Moment. Blau, du darfst. Rosa, herkommen. Mein rosa Schiebhoff. So, aber was ich jetzt gucken wollte, die hinten, diese komischen Pflanzen. Ob man die... Nee, die haben Leben. Scheiße, die kannst du nicht harvesten. Welche? Die hier. Bei mir haben die kein Leben. Die haben eine Lebensanzeige. Bei mir. Bei mir nicht. Deswegen kann ich die hier... Aua! Die wehrt sich! Scheiß Vieh! Was? Was für eine Pflanze hast du abgebaut? Die, die da gerade vor dir stand. Die... Die habe ich mit der Spitzhacke geschlagen, da hat sie sich gewehrt. Weil mich nicht gerührt. Ja, die hat ein Pfeil auf mich geschossen. Ja. Mich vergiftet. Mua! Ja, das ist so ein Dinosauriervogel. Vom Hasen auf den Gott. Alter, ist das krass. Wer bist denn du? Orange Tree. Gibt es ja außer Zanid noch irgendwas lustiges? Ah, ja. Ich weiß aber nicht mal, wie das Oar hieß. Mal gucken, dann. Was bist du? Außerdem können wir ja nebenbei... Purple Fruit Leaves. Nimm mit. Aber ich finde das so lustig. Ja, das ist im Weg. Ich sehe es nicht. Ich doch jetzt. Äh... White Apple. Is mal einen. Ich will wissen, was passiert. Nee, ich muss erst mal... ...ein Tal etwas leeren. Ich habe doch freien Platz. Ich mache mal hier... ...Waypoint. ...zum Dingsbums. Ich will hier von dem... ...Purple Crystal Leaf in Sapling haben. Ach, dieser Hase macht mich wahnsinnig. Ich sehe nichts mehr, wenn ich nach oben gucke. Oh, 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 oh. Ich sehe Hase. Ui, was war das denn? Okay, das war interessant. Ich sehe wirklich nur Hase, wenn ich hochgucke. Ah, der ist jetzt anshaft abgesetzt. Ja, ich hab's auch keine Ahnung wie, aber irgendwie offensichtlich schon. Entschuldigung. Ja, Purple Crystal Zeppelin. So, Ase herkommen. White Rose mit. So, mein Eventar ist voll. Ich müsste langsam mal... Da ist noch irgendwas Sandtechnisches, oder? Da fällt gerade ein Hase runter. Also, das ist ja gefährlich, wenn man hier lang schwebt. Quicksaw. Ah! Also, bist du? Vieh ich. Und ich hatte... Aufpassen, wo du rauskommst. Hä? Wieso? Ich bin nicht runtergefallen. Der Quicksal ist ja krass. Der beschleunigt... Der Quicksal beschleunigt dich. Und du drüberläufst. Gut zu wissen. Ja, aber bei dem Namen... Sugar braucht niemand. Der Quicksand macht ja auch langsam. In dem Sinne. Ich muss hier mal ein bisschen was hoch... ...in meinem zweiten Inventar verstauen. Damit ich hier davon noch ein bisschen was mitnehmen kann. Mal eine Probe zum... ...testen im Labor. Von einem jetzt mitnehmen. Faktor willst du in unserer Base was damit rumspielen? Hm, nö. So würde ich das nicht nennen. Sag mal... Hm. Gibt's hier sonst noch irgendwas Wichtiges? Das müsst ihr doch eigentlich einen Boss geben, oder? Ja. Theoretisch. Theoretisch, ja. Ich frage jetzt, ob wir den suchen wollen. Was ist das? Oh. Wollte ich nicht stellen? Ach, das war eine Wolke. Keine Ahnung. Hier hast du noch eine Bärbe. Wird hier drüben sein, oder? Alter, eine riesige Bunny-Familie. Geht man wohl, wenn du eins tötest. Nein. Finger weg. Das sind liebe Bunnies. Ja, das war neu. Ambrosium. Da oben. Das fungiert als Blumentymo. Lol. Hab mal ein bisschen was mitgenommen. Das ganz normales Wasser. Und jede Wolke, die du hier siehst, hat irgendeine andere, äh... Na, Funktion. Beispiel, die Weisen, die ich schon im Inventar hab, äh, lassen dich... Äh... Na, langsam einsinken. Hm. Aber ich werd's trotzdem mal versuchen, mit meinem Hasen auf den Kopf durchs Portal zu gehen. Oh, oh. Okay, ich hab's rausgeholt. Was? Was passiert, wenn du ein Hasen schlägst? Sind die anderen auf dich losgegangen? Nein. Du kriegst einen Faden. Und jetzt hab ich keinen Hasen mehr. Wow, ist was sehen. Er wird es dir nie verzeihen. Jetzt ist er bei seiner Familie im Himmel. Noch weiter im Himmel. Ist er, wenn du ein Aether-Portal im Aether baust, oder was? Ja, dann kommst du zum Aether-Quadrat. Ich glaube, er hat auch noch so einen Kanickel. Aether ist... Ah, ich hab ihn! Ich hab ihn noch! Höh, renn, guck mal. Was? Guck mal. Ich will mich nicht umdrehen. Guck mal. Hasen-Party! Oh, der Worte. So, jetzt muss ich erst mal ein Loch graben. Ui, ich hab ne grüne Wolke. Wo ich sowohl Hase als auch Schafe unterbringe. Nein. Und vergiss die Kuh nicht. Wie werde ich den Hasen wieder los? Ach, angucken, rechtsklicken. Hey, wow, ich hab durch Wolken abbauen, tatsächlich was dazu bekommen. Ähm, renn? Ja? Wo bist du denn? Ach, schon wieder hier. Dich trifft man immer hier. Guck mal. Ja, ich... Guck mal. Ich fühl mich nicht umdrehen. Guck mal. Scharf. Ja? Und du siehst, das ist wirklich ein rosa Schiebhoof. Ich hab mir das nicht ausgedacht. Und hier? Hier? Guck mal. Guck mal. Kuh. Was zum Geier. Das ist ne fliegende Kuh. Äh. Vergiss nach, das Fück nicht noch zu holen. Ja, deswegen wollte ich das erstmal loswerden hier. Du? Older Aircloud? Okay. Ja, ich hab da natürlich bloß was langweiliges gebaut der Weile. Wäre die euch da. Du wolltest ja nie rüber gehen. Genau, selber schon. Okay, jetzt geht's hier nicht durch. Halt dich fest, Kaninchen. So. Ob wir die vermehren. Ob wir die vermehren können? Keine Ahnung, aber man kann ja mal versuchen, es rauszufinden. Wo war dat Fück? Dat Fück? Ich brauch nur einen Hasen. Ich brauch nur einen Hasen. Ach hier, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Fück. Mein Fück. Ich hab keinen Hasen. Mach schneller als du. So. Äh, jetzt hab ich noch einen Hasen frei. Was nehmen wir noch? So ein Vogel. So ein Vogel. Ja, so ein Moa. So ein riesen Dinosauriervogel. Die Viecher können auch fliegen übrigens, ne? Das sind keine flugunfähigen Dinger. Also können die Dinos doch fliegen? Ja, das ist der Beweis. Ist das da hinten eins? Oder ist das so ein Giftfunk? Ne, die sind hier bei mir. Wo ich grad lang ranne. Hier haben wir die gefunden gehabt. Wenn ich mich noch richtig... Ja, hier ist es. Da sind sie. Ich habe sie. Warte mal, ich kann dir klar was sagen. Nein, haben kein Breeding. Kannst du also nicht, äh, vermehren. Irgendwann weißt du das? Steht das da? Ja, normal. Sonst würde da stehen Breeding und dann womit. Ich kann ja mal das Internet stressen, aber... Normalerweise sind diese Addons da sehr gut in der Zusammenarbeit. Oh, was habe ich denn jetzt hier gefunden? Ist mir egal. Ich brauche nur einen Hasen. Hase, wo bist du? Na, dann können wir dir AR-Banis auch nicht, äh... Da drüben ist eine fliegende Insel. Cool. Aha, wir sind im Himmel. Ja, ich weiß, hier sind alle Inseln fliegend. Hattest du drüben alle AR-Banis gekillt oder nur fast alle? Nur das, was ich auf dem Kopf hatte. Achso. Weil ich, äh, das Ding am Grosium abgebaut habe. Okay, das habe ich noch nicht. Aua. Er hat jetzt auf mich geschossen. Ist doch bei so einem Brett niemand. Och. Irgendwo ist so ein scheiß Vogel. Mitkommen. Ja, schau mal schon. Außer. Und da war ich so ein scheiß Vogel. Boah, das Gleiten ist schon geil. Boah, das Gleiten ist schon geil. Huch. Ja, hier direkt bei unserer Basis. Ich kann auch Gleiten wie du. Mistviech. Komm an, gar nicht so weiter runter. Da kommt das Nächste. Ist mir scheißegal, ich gehe durchs Portal. Ich habe meinen Hasen. Ich bin froh und glücklich. Und kann unseren Eta Zoo erweitern. What? Ach nee, gut. Da fiel gerade ein Hase durch die, durch den Fußboden, aber... Nee, ich meine noch nicht. Wir haben unsere noch. Hier noch alle da? Alle da. So. Halt, ich muss mich hier erstmal reinhauen. So, wie mach ich, setze ich den ab? Äh, ihn angucken und... Ihn angucken und... Huch, der springt von alleine rein. Ist ja ein netter Hase. Ein Stück mal rück. So. Weil die Kuh sonst abhaut. So. Da ist das Pflück. Halt, das habe ich ihm im Rennen noch gar nicht gezeigt. Nein, komm her, du Pflück. Ja, er kann doch herkommen. Dann ich hier irgendeinen Versuch aufbaue. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Irgendwo hier drüben. Ach, hier drin. Äh. Ach nee, da. Renn. Ja. Pflück. Also man kann... Man muss mal ganz ehrlich sagen, sie haben sich echt Gedanken gemacht. Renn. Moa. Und ja, das Scheißvieh fliegt. Komm mal mit. Ah ja. Komm mal mit. Sehr lang. Das sind selten dazu. Sag extra, komm mit. Was macht er? Er bleibt stehen. Naja. Mit zuhören hat das nicht so. Warum hast du dein Deck gelaufen? Oh, alter. Alter. Spring runter auf die weiße Wolke. Alter. Du hast die anderen verkehrt rum hingesetzt. Die schießen sich zur Seite weg und nicht nach oben. Kann man die andersrum hinsetzen. Wenn doch, machst du besser. Hm. Kann sein, dass die einfach, ähm, Dings nicht funktionieren. In der richtigen Welt. Doch. Weil die anderen funktionieren ja auch. Wenn du drauf springst, sackst du langsam ein. Ja, aber die schießt dich nun definitiv nicht nach oben. Ja. Das war die blaue, die dich nach oben geschossen hat. Nicht die grüne. Und hast du davon keine mitgebracht? Weil ich zu dämenisch war. Damit ich nachher nochmal rüber gehen kann. Ah ja. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. In der Zwischenzeit lehre ich mal mein Inventar aus. So offscreen technisch. Und dann werden wir sehen, was weiter passiert. Ich hab so die Idee, wir werden uns dann erstmal unserem Äther zuridmen. Ja. Also ich. Was die anderen machen, weiß ich nicht. Und nur angemerkt, während sich zwei im Äther vergnügt haben, ist jetzt unsere komplette Rohstoffproduktion kompakt neu. Rohstoffe. Ähm. Wieso machst du das hier auf immer mit dem Drawer? Das wirst du selber nicht. Schon die ganze Zeit. Wie soll das sonst gehen? Ne. Da drüben hast du es mit einer Truhe. Ja, aber in den Drawer passt mehr rein. Nein. Doch. In der Iron-Kiste passen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun mal sechs sind 54 Stacks. 54 mal 64. Weil ich hier gerne ein Drawer haben wollte. So. Okay. Nur so als Info. 50 mal 64, ne? Halt, Schnabel! Das sind schon 3.000. Nur als Hinweis. Das sortiere ich nicht mehr. Pff. Gleich gehabt. So, liebe Leute. Aber, während ich hier das Zeug einsortiere gerade. Ah, der weiße Apfel hat einen Curse. Cockatrice Poison. Den sollte man vielleicht nicht essen. Geil. Halt, nein, das teste ich noch. Boah, ja, Timer, hör auf zu nerven. Das teste ich noch. Was? Ich habe gerade was in meinem unaufgeräumten Inventar gefunden. Und zwar? Ein blaues Moa-Eck. Laut Erklärung, drei Mid-Air-Jumps. Würde ja nach meiner... Nein, halt, halt, nein, egal. Würde ja nach meiner Definition bedeuten, ich kann damit dreimal in der Luft springen. Mit meinem Jump-Boost werde ich das höchstwahrscheinlich nicht überleben. Warte, 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 warte. Funktioniert nicht. Haben wir aber nicht. Funktioniert nicht. Scheiße, ey. Dann musst du es essen. Kann ich nicht. Ich kann es auf den Boden schmeißen. Da, wo du stehst. Ich habe immer noch Bede im Inventar. Der schafft es schon. Geht nicht. Kann ich ja richtig machen mit dem Ei. Geht mal mal eins. Was macht die? Weiß ich nicht. Das ist also eine komische... Kann ich nicht essen. Mario-Pflanze. Geht gut. Zack, Bescheid bin rausgekriegt, dass wie es funktioniert. Gut, liebe Leute. Aber wir wollen das jetzt hier nicht weiter ausdehnen. Wir machen hier mal Schluss für heute an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin. Einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.